Stabil? Ja. Es passt mal gut auf. Hier ist der Stift. Jetzt schauen wir hin. Eins, zwei, hoch. Ich habe es selber versuchen. Nimm mal das Kartenspiel einfach hier in die Hand. Sag mal irgendeine Karte, welche du willst. Pickbube. Pickbube, sicher? Ja. Kannst du auch eine andere Karte? Ich nehme Pickbube. Du bleibst bei Pickbube. Okay, pass auf. Dann nehme ich jetzt hier die Karten. So. Pass auf. Ich gehe jetzt hier durch die Karten durch. So. Eine Karte ist umgedreht und es ist nur der Pickbube im gesamten Spiel. Das Interessante ist, du hattest die freie Wahl. Alle Karten sind blau. Pass auf, der Pickbube. Das ist so krass. Das ist so krass. Stay. Das ist so krass. Das ist es. Ich gehe jetzt in die Haufen匹inräg Bedeutung sein.